So, willkommen in Österreich. Nach der kleinen Übersicht der nationalen Meisterschaften geht's nach Österreich zur Tour of Austria. Matteo Groß für uns in der Gruppe. Tempo ist ziemlich hoch. Kommen da kaum vorne mit Hand. Da müssen wir mal an den Quarter Pounder mit Käse ran. Wird jetzt gleich nochmal... na, es wird gar nicht steiler. Habe dich falsch in Erinnerung. So, komm Matteo Groß, eben haben wir es doch geschafft auf den letzten Millimeter noch vorbeizufahren. Dieses Mal nicht. Wir sind trotzdem noch vorne. Acht Punkte insgesamt haben wir gesammelt. Dominik Röber, dann Charlie Quarterman und Luca Oberlechner für Österreich dann auch noch mit dabei. Dahinter natürlich das Hauptfeld. Wir schauen mal ganz kurz auf die Startliste. Machen wir jetzt mal auf die altbewährte Art und Weise. Ohne PCM Plus. Emanuel Buchmann wieder mit dabei. Louis Joe Lürs. Jetzt bin ich durcheinander. Patrick Konrad mit dabei. Also schon eine ganz gute Aufstellung von Bora Hansgrohe, aber ich glaube nicht ganz so stark wie im Vorjahr. Dann Roger Adria, der gerade frisch gebackene spanische Meister. Sehen wir hier. Der ist noch mit am Start. Haussen, der australische Meister. Jetzt kenne ich natürlich alle auswendig. Miguel Heidemann wieder mit dabei. Also eine gute Konkurrenz, aber wir sind mit David Imane, Mauro Brenner, Enzo Decker, Nion Kuro, Hannes Wilksch, der wieder fit ist. Und Matteo Groß auch ganz gut aufgestellt. Da gehen jetzt schon wieder die Attacken los für den nächsten Berg der vierten Kategorie, der vorne eigentlich erst so richtig steil wird. So genau, das war der Berg, den ich im Kopf hatte. So, da sind wir jetzt leider ans falsche Hinterrad gegangen. Kommen da jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel weiter nach vorne. Also das ist auch wieder eher unglücklich gelaufen. Mal schauen. Wenigstens noch ein bisschen weiter nach vorne. So, jetzt sind wir punktgleich mit dem Quarter Pounder. Nun gut, mal schauen. Also Matteo Groß könnte das Bergtrikot übernehmen. Drei Minuten noch der Abstand. 42 Kilometer, eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Auch sehr, sehr viele Kurven hier mit eingebaut. Also und das Finale ist natürlich wie für uns gemacht. Es geht bergauf, danach nur noch bergab. Bedeutet, dass man das Spiel da auch ein bisschen austricksen kann. Wenn man dort einen kleinen Zug reinballert, relativ früh in den Sprint reingeht. Mal schauen, was da für uns drin ist. Wir haben keinen direkten Sprint da mit dabei. Von der Beschleunigung her ist, puh, Nion Kuro wahrscheinlich sogar noch mit der beste. Ui, guck mal, Hannes Wilksch sogar mit 65 Sprint. Da könnte man sogar mal auf den jungen Deutschen setzen. So, let's go. Mit ein bisschen Flyer-Alarm gehen wir hier rein. Bike Aid macht auch Alarm. Die letzten 15 Kilometer, wir sind da richtig Tempo in den Hügel reingefahren. Machen das jetzt auch über die nächsten zwei Hügel noch. Schauen mal, dass Nion Kuro da auch über die Abfahrt ein bisschen durchbrettert. Mauro Brenner dahinter, dann Hannes Wilksch und Jemane. Da können wir am letzten Berg dann eine kleine Überraschungsattacke reinsetzen. Vielleicht ja sogar mit mehreren Fahrern. Pupio noch mit dabei. 44 Fahrer nur noch hier vorne in der Gruppe. Dahinter dann schon ein paar große Lücken. Etwas überraschend. Abreha ist hier auch mit dabei. Der aber sehr früh abgehängt wurde. Vertrag noch bis 2025. Oder ich glaube, ich verwechsel ihn wieder mit Nahum Serra. Ja. Da sind Envy auch sehr, sehr viele Fahrer natürlich bei uns im Gespräch. So, wir hauen mal das Energiegel mit rein. Ein Kilometer bis oben hin. Und da kommt jetzt gleich diese sehr, sehr steile Rampe. Da gibt Nion Kuro noch mal alles, bevor dann Mauro Brenner gleich drüber geht. So, wir ballern mit der 95 hier mal drüber. Nion Kuro geht gleich blau, wenn er oben ist und dann übernimmt Mauro Brenner. Ebenfalls mit einem super Tempo. So, nice gemacht Nion Kuro. Mauro Brenner ballert durch. Dahinter haben ein paar Fahrer schon Probleme. Auch Emanuel Buchmann natürlich nicht so mega explosiv. Jetzt aus den Kurven raus braucht man auch immer einen halbwegs guten Beschleunigungswert. Den hat Mauro Brenner nicht. Mal schauen, was hat Emo Buchmann für einen Beschleunigungswert. Wird mich jetzt schon gerade mal interessieren. Wo bist du? Beschleunigung von... Naja. Okay, haben wir nicht gesehen, ne? Sprintwert okay, aber Beschleunigung von 71, das glaube ich nicht. So, wir nehmen mal alle Energiegele. Mauro Brenner ballert hier rein. Da kommt Pupio. Boah, jetzt kommen wir doch einige Kollegen hier nochmal mit. Da wird es dann doch schwierig. Schauen, jetzt nehmen sie raus. Wie weit ist es noch bis oben hin? Nicht wirklich weit. Dann kommt Wilksch jetzt nochmal mit der Attacke. Mauro Brenner hängen wir irgendwie mal hinten dran. Wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. So, schön nochmal in die Parade reingefahren. So muss das. So, Hannes Wilksch attackiert. Und ja, wir können eigentlich schon fast lossprinten mit Jemane. So, mal schauen. Unsere drei Fahrer sind da jetzt alle vorne. Sprinten einfach alle mal. Was das Zeug hält. Und dann wird das hier hoffentlich der Dreifach-Sieg. So, mal schauen. Wer holt sich hier den Sieg? Wahrscheinlich Jemane, der hier erfolgreich ist. Oder Hannes Wilksch. Letzten Meter ist, glaube ich, Hannes Wilksch noch vorbeigezogen. Jawohl, der junge Deutsche holt sich den Sieg. Dreifach-Sieg für Bike Aid. Dahinter kommen auch noch ein paar. Hab ja gesagt, das Finale, das ist eigentlich wie gemacht. Für den Pro-Cycling-Manager. Wenn man das ein paar Jahre gespielt hat, dann gewinnt man so Ankünfte meistens. Weil die Konkurrenz ist eben nicht so 100% checkt, da drin zu bleiben. Die sind sogar auf Höhe gefahren und haben dann Tempo rausgenommen. Das war halt das Dumme. Ja, also da hat sich der Fahrer einfach platt gefahren. Und es reagiert dann halt erstmal für ein, zwei Sekunden keiner. Das ist die entscheidende Lücke. Und dann holt sich Hannes Wilksch hier den Sieg. Sehr, sehr nice. Neon Kuro kommt rein. Also Sieg und gelbes Trikot, Bergtrikot. Eigentlich sollten wir alle Trikots auf unseren Schultern haben. So, wir gehen rein auf die zweite Etappe. Mauro Brenner diesmal mit in der Gruppe. Berg der ersten Kategorie steht gerade an. Wir schauen mal, wie lang können wir da noch mitgehen. Wahrscheinlich nicht so richtig lang. Ne, da ist auch ein bisschen zu früh durch wieder Mauro Brenner. Da fehlt es einfach auch am Beschleunigungswert beim jungen Deutschen. Aber er ist schon ziemlich gut. Er ist schon eher so im Buchmann-Style unterwegs. Sprint 58, Beschleunigung 63. Aber Mittelgebirge schon bei 72. Also da hat sich schon richtig was getan. Bei Mauro Brenner, Marco Brenner für uns ja ein Regal zu hoch schon hier im Spiel. Der ist zu teuer, zu gut. Den können wir uns nicht leisten. Dafür kommt ja vielleicht Emil Herzog zu uns ins Team. So, jetzt haben wir hier den Gipfel überquert. Das war die größte Schwierigkeit des Tages. Deswegen holt Neon Kuro jetzt mal uns hinten ein Wasser. Mauro Brenner gönnt sich hier vorne selber mal eins. Und dann sehen wir uns im Finale wieder. Wieder relativ lange ansteigend. Dann bergab. Dann geht es nochmal leicht bergauf. Also könnte wieder ein Finale sein, was uns liegt. Während Mauro Brenner jetzt hier leicht zurückgefallen ist. Nachdem er sich das Wasser geholt hat. Also müssen die Lücke einmal kurz schließen. Dann bringen wir auch Jannis Peter wieder mit. Und dann geht es hier weiter im Kampf um den Etappensieg. Let's go. Zweite Etappe. Da waren wir ja eben schon mal drin am Berg der ersten Kategorie. Matthieu Groß versucht jetzt hier vorne gerade uns ein bisschen aus dem Gröbsten rauszuhauen. Und dann geht es ja eigentlich nur noch bergab. Vorne noch Paumann aus Österreich, der jetzt gerade Tobias Müller abhängt. Vom Radnet-Oswald-Team. Aber Enzo Decker bringt die Gruppe jetzt hier ran. So, da kommen jetzt auch einige Favoriten, die wieder versuchen zu ballern. Aber das macht doch Matthieu Groß erstmal sehr gut. Der, der das Bergtrikot heute allerdings abgeben wird im Finale. So, es geht schon noch ein Stück nach oben. Müssen wir schauen. Hannes Wilksch und Jemane sehen noch relativ gut aus. Nionkuru kriegt dann auch gleich mal das Energiegel. Matthieu Groß ist jetzt durch. Deswegen übernimmt mal Nionkuru. Groß nehmen wir raus aus der Verlosung. Nionkuru hält das Tempo weiterhin hoch. Da sehen wir Hannes Wilksch. Der Mann im roten Führungstrikot. Nionkuru nimmt mal ein bisschen raus, damit der rote Balken nicht sofort wegfliegt. Jemane dahinter. Immer noch ein ganz schönes Stück bis oben hin. 113 Fahrer. Alles aber auch schon wieder schön lang gezogen. Also Nionkuru macht das sehr, sehr gut. Da kickt jetzt auch das Energiegel rein. Da kommt nochmal Vermäulen aus Österreich. Und jetzt ist Nionkuru allerdings auch platt. Jemane übernimmt mal. Immer noch 6,8 Kilometer. Aber wir nehmen trotzdem gleich schon mal das Energiegel. So, Hannes Wilksch am Hinterrad leidet jetzt ordentlich. Mauro Brenner ist da auch schon durch. Nionkuru nehmen wir mal raus. So, und jetzt geht es eigentlich nur noch so richtig bergab. Halten das Tempo mal hoch. Wilksch ist unser Sprinter. Vorne ging es ja dann nochmal leicht bergauf die letzten Meter. Mal schauen, wie das dann gleich aussieht. Halten mit Jemane mal das Tempo hoch. Wilksch hat das schon ganz gut regeneriert. So, Jemane, komm. Zieh den Sprint an. Für Wilksch, der dann jetzt mal kommt. Boah, da sind wir aber zu weit zurückgefallen. Die Konkurrenz ist dann doch stärker. Holy shit ist die Konkurrenz stärker. Mann, Mann, Mann. Da sind ein paar Gute mit dabei. Sind wir zwar wunderschön von vorne angefahren, aber es hat halt überhaupt nichts gebracht. Wir sind noch richtig überrollt worden. Alter Schwede. 1.000 Fahrer einfach noch vor uns. Cepeda. Alle natürlich mit deutlich besseren Werten. Da haben wir viel Aufwand für absolut gar nichts betrieben. Jemane kommt hier. Aber das Führungstrikot haben wir auf jeden Fall behalten. Glaube ich, weil wir hatten keinen Abstand auf der ersten Etappe. Also werden wir wahrscheinlich zeitgleich mit Fernando Barcelo sein. So, Bergankunft auf dem Kitzbühler Horn. Wir haben Hannes Wilksch mit der Plus-5-Tages-Form. Der Mann, der das Führungstrikot ja schon getragen hat. Jetzt es leider abgeben musste. Nach der ersten Etappe an Barcelo. Den haben wir... Nee, Roger Adria haben wir hier. Wo ist Barcelo? Der Mann im roten Drücko... Keine Ahnung, wo er ist. Oh, der... Nee, der kann nicht vorne sein, oder? In der Gruppe. Ja, wir sehen... Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, egal. Wurscht, wo er ist. Wir versuchen hier vorne schönes Tempo zu fahren. Es sind noch 6 Kilometer. Vorne die Gruppe kommt wahrscheinlich durch. Versuchen da jetzt eigentlich einfach nur die Konkurrenz so ein bisschen kaputt zu fahren. Da sind schon ein paar schöne Lücken hoffentlich gerissen. Wenn man so zurück geht. Ja, oh, da sind sogar einige Lücken. Die wahrscheinlich hier oben noch aufreißen. Dann werden so 3 Minuten immer noch der Abstand. Neonkuru kriegt mal Energiegill. Jemane ballert richtig. Ist immer noch ein ganz schönes Stück. Aber wir drehen noch mal ein bisschen schneller. Da haben wir Barcelo, das rote Trikot. Von Pupio wird er hier hochgefahren. Nicht mal im selben Team, aber macht ja nichts, gell? So, Jemane. Neonkuru ist da jetzt langsam so ein bisschen durch. Es wird oben raus. Super, super steil. Drehen wir noch mal ein bisschen runter. Nehmen mal die Energiegele. So, boah, alter Schwede. Die sind hier in der Breite aber auch sehr, sehr stark mit dabei. So, kurzes, flacheres Stück. Zwei Minuten noch der Vorsprung für die Spitze. Aber das schmilzt jetzt natürlich richtig schnell dahin. Und dass es oben so steil wird, hätte ich jetzt auch gar nicht 100% gedacht. Hätte ich mir früher mal anschauen sollen. Ich dachte mir, naja, ist ja nicht so wirklich lange der Anstieg. Aber die ziehen da vorne jetzt richtig weg. Das komplette Team, alter Schwede, 75er Bergwerte. Natürlich auch nicht ganz schlecht. Da reißt jetzt auch die Lücke. Barcelo kann auch nicht mehr mitgehen. Das komplette Team hier zieht weg. Ist es denn das? Warte mal, man muss gerade nochmal schauen. Ja, genau. Das Schweizer Q36.5 Pro Cycling Team, das jetzt hier komplett alles in Grund und Boden fährt. Und wir sind unten zu schnell reingefahren. Jemane und Wilksch. Schauen wir mal, wie weit wir da noch nach vorne kommen. Ist schon noch ein Kilometer bis oben hin. Holy shit. Da vorne haben wir Emanuel Buchmann, der jetzt auch ziemlich durch ist. Aber die Konkurrenz ist hier zu gut. Jemane jetzt mit den letzten Metern. Sprintet uns das nochmal ein bisschen an mit Wilksch am Hinterrad. Der da jetzt selber fahren muss. Das Wilksch kommt ja da gut durch. Macht auf jeden Fall nochmal ein paar Meter gut. Da vorne haben wir Steward. Wir haben Lange Lotti. Da vorne haben wir Buchmann. Und die Etappe gewinnt wohl Damien Haussen oder Barcelo, der ja jetzt, alter Schwede, Barcelo einfach in Echtzeit während Haussen noch in Zeitlupe fährt. Sehr nice. Also Barcelo holt sich den nächsten Sieg. Dann kommt dort hinten Hannes Wilksch. Noch rangeflogen, der Richtung Top 10 kommt auf den neunten Platz. Gutes Ergebnis, aber jetzt nicht so gut, wie wir es uns erhofft hatten. So, 10 Kilometer sind es noch auf der vierten Etappe in Österreich. Wir starten das Ganze mal mit Jemane. Der jetzt aber hier auch ziemlich überrollt wird. Ja, holy shit, ey. Das Tempo hier in Österreich ist brutal. Ich glaube, viele Fahrer sind hier in absoluter Spitzenform. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich wollte jetzt hier ein humanes Tempo hochfahren, damit Matteo Groß noch mitkommt. Hannes Wilksch auch noch am Hinterrad. Aber der hat auch so seine Probleme, damit dran zu bleiben. Die hauen hier ein Tempo durch. Unfucking fassbar. Wieso ist das jetzt auf 66 gegangen? Wir müssen jetzt schon mal die Energiegele reinschmeißen. Okay, jetzt ist es ein bisschen neutralisiert, auch wenn wir dort im Gemüse hängen. So, komm schon, lass es ein bisschen flacher werden. Alter Schwede. Matteo Groß ist platt. Und unser Sprinter. Und Hannes Wilksch ist auch durch. Das gibt es doch nicht. Der war so gut platziert in der Gesamtwertung. Und jetzt verliert er das Ganze hier. Also Hannes Wilksch, heute mit keiner so guten Tagesform, ist hier raus. Schauen, ob wir das irgendwie noch retten können. Ich glaube nicht, dass wir es retten können. Konkurrenz einfach zu gut hier in Österreich. Jemane fährt da sein Tempo irgendwie noch hoch. Sind aber immer noch 5,5 Kilometer Energiegele ballert zum Glück gerade. Das wird jetzt auch nicht ewig gut gehen. Machen wir ein bisschen Pro-Cyclist-Modus. Also Hannes Wilksch wird auf jeden Fall seine gute Platzierung verlieren. In der Gesamtwertung. Jetzt geht es hier nochmal in einen kleinen Tunnel rein. Jemane ballert einfach mal selber so ein bisschen durch, wie es gerade so geht. Aber da werden wir auch nicht mehr viel sprinten können und machen. Vielleicht mit der Konkurrenz irgendwie ins Ziel rollen. Selbst das wird nichts. Puh, also Österreich-Munfahrt, wow. Ist schon wirklich eine ganz andere Qualität. Und da wird uns auch mal die Grenze aufgezeigt. So, vorne sehen wir Barcelo wieder. Dann Konrad. Jetzt kommt Adria. Der frischgebackene spanische Meister, der sich hier super easy den Etappensick holt. Und auch in der Gesamtwertung wahrscheinlich vorbeizieht. 10 Sekunden Zeitbonifikation. Und Barcelo, na, wird ein enges Höschen. Mal schauen, ob da eine Lücke gemessen wird. Dann Google auf Platz 3. Bester Österreicher Patrick Konrad. Dann auf der 4. Dann kommt Jemane hier in der nächsten Gruppe mit rein. Und leider Hannes Wilksch konnte dieses Tempo nicht mitgehen. Mein Plan war eigentlich, mit dem humanen Tempo da hochfahren, wie gesagt. Und Matthieu Groß mitnehmen, der unser bester Sprinter ist. Und dann die Etappe hier zu gewinnen. Ist ja heute mal wieder nicht so gut gelaufen, wie es aus Hand of Bloods Video immer heißt. Also, naja. Schauen wir mal drauf, ob auf der 5. Etappe, dass es nochmal eine brutale Bergankunft, ein bisschen mehr geht. Schluss Etappe in Österreich. Wir wissen um die ultra starke Konkurrenz. Versuchen jetzt heute mal ein bisschen mehr aus der Defensive rauszufahren. Wir sind viel vorne im Wind gefahren. Das haben wir gesehen. Das funktioniert hier nicht. Wir versuchen uns ein bisschen zurückzuhalten und auf den letzten Metern dann vielleicht nochmal nach vorne zu brettern. Mauro Brenner führt die Gruppe an. Vor ihm fährt Neon Kuro, beschützt ihn. Dahinter David Jemane und Hannes Wilksch, der heute keine Rolle spielen wird mit der Minus-2-Tagesform. Werden jetzt hier auch ein bisschen vom Hauptfeld überrollt. Aber es geht noch von der Position her. Mauro Brenner heute mit der Plus-3-Tagesform ziemlich gut am Start. David Jemane Plus-2, Fitness 97%. Sollte eigentlich ganz ordentlich Richtung Top 10 auf jeden Fall laufen können. So, wir sind sehr, sehr viel im Blätterwerk am Start. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen ran. Einfach alt und das Mausrädchen drehen. Nochmal so für alle, die es nicht wissen. So, 11 Kilometer noch bis oben hin. Bislang schaut noch alles ganz ordentlich aus. Vielleicht können wir die Position jetzt im etwas flacheren Teil nochmal nach vorne verbessern. So schaut es aus. Dann haben wir hier den, was ist das, malayischen Meister. Ne, nicht Malaysia, sondern Indonesien, glaube ich, ist es. So, Mauro Brenner macht das nach wie vor gut. Sind in einer sehr ordentlichen Position. Dann schauen wir mal vorne natürlich wieder das Schweizer Team, das keine Schweizer im Team hat. So, Neon Kuru kommt schon. Zieh das Ganze noch ein bisschen durch. Hannes Wilksch geben wir schon mal das Energiegel. Vorne gerade mal die 10 Kilometer Marke erreicht. Und es geht weiterhin so steil bergauf. Also richtig übler Berg. Gehen wir mal ein bisschen runter vom Tempo. Neon Kuru kriegt auch schon mal ein bisschen Energiegel. Mauro Brenner mit einem 75er Wert hält er uns da vorne, zumindest im vorderen Drittel. Aber das wird natürlich hier nichts mit dem Sieg werden. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Aber das Ziel Top 10, das wollen wir schon irgendwie anstreben. Vielleicht gehen hier einige Fahrer hier auch zu früh all in. Bei Neon Kuru und Wilksch ballert jetzt das Ganze. Matteo Groß und Decker habe ich natürlich frühzeitig rausgenommen. Damit die einfach Kräfte sparen, für was auch immer, ist auch völlig egal. Aber die haben wir jetzt für den Anstieg nicht wirklich gebraucht. Tempo wird wieder schneller vorne. Einige Fahrer sitzen da noch sehr, sehr locker. Unter anderem auch Immo Buchmann. Für uns wird er wahrscheinlich niemals ein Transferziel sein, denke ich mal. Vielleicht zum Ende der Bike-Aid-Karriere mal. Aber dann ist Emanuel Buchmann vielleicht ja auch schon in Rente. Warten wir es mal ab, wie weit wir hier kommen. So, Energiegel wird genommen. Immer noch 6 Kilometer. Und ja, sieht nicht mehr ganz so fresh aus, was wir da machen. Jetzt lassen da aber doch einige ziemlich locker. Wir fahren da mal unseren Stiefeln nach oben. Brenner ist da gerade richtig schön eingeklemmt. So, da haben wir die Lücke gefunden. Drehen trotzdem noch mal ein bisschen runter mit Marco Brenner. Vorne jetzt natürlich die Favoriten raus. Brenner noch mit Neon Kuru vor sich. Also vorne sehen wir die Allerbesten. Da ist jetzt Roger Adria allerdings ziemlich durch. Holy shit. Ganz vorne noch Moritz Kretschi. Das wäre natürlich ein nicer Erfolg für den Deutschen. Hat allerdings Vacek an seiner Seite, der dieses Jahr beim Giro ja auch nicht ganz schlecht war. Hier hinten haben wir Mauro Brenner. Neon Kuru noch vor ihm. Dahinter noch Jemane. Alles jetzt ziemlich verlangsamt. Adria ist jetzt eingeholt. Neon Kuru ist durch. Schauen mal, dass wir jetzt mit Jemane ein bisschen Tempo fahren. So, Brenner vor ihm. Einen gesunden 70er Wert. Mal gucken, dass wir hier in dieser Gruppe auf jeden Fall drin bleiben können. Vorne sehen wir wieder Emo Buchmann. Tempo wird jetzt nochmal ein bisschen höher. Patrick Konrad beschleunigt. Dahinter Wenzel und Bregneu. So, und da hängen wir jetzt gerade wieder im Gurkensalat. Hat uns, glaube ich, ein bisschen was gekostet. Wieso, wir ziehen jetzt einfach hier unser Tempo durch. Brenner, da machen wir wieder Antäuschversuche. So, wir müssen einmal leider außenrum fahren. Mit Jemane, alter Schwede gehen die jetzt hier reihenweise fliegen. Unter anderem das rote Trikot, was heute richtig wegplatzt. Zwei Kilometer sind es noch bis oben hin. Jemane mit einem schönen Tempo, dass er hier hochfährt. Hängt sich allerdings gerade bei der Nummer 72 nochmal kurz am Hinterrad auf. Da sind wir jetzt auch bei Emo Buchmann gleich. So, dieses Gezacker nervt ein bisschen. So, Jemane fährt sich da richtig schön nach vorn. Aber wir werden auch bald platt sein. Sind wir sogar fast noch Richtung Tagessieg aus Versehen gefahren. Aber das wird oben raus dann nicht reichen. Drehen nochmal ein bisschen runter. Wen haben wir da jetzt noch vor uns? Da haben wir Arietta und Haussen. Langlotti, Jemane. Aber die sprinten jetzt gleich nochmal an uns vorbei. Die lassen sich ja immer noch ein bisschen was übrig im Tank. So, Arietta oder Haussen. Wer holt sich den Sieg? In der Gesamtwertung beide nicht so weit auseinander. Haussen sollte vorne bleiben. Mit Zeitbonifikation. Jetzt kommen die Kollegen hier nochmal, wie schon angekündigt. Wir können nochmal Sprint drücken mit Jemane. Da wird es allerdings nichts mehr werden. Kollegen sind auch platt. Aber dann haben wir immerhin Emanuel Buchmann hier nochmal bei der Bergankunft geschlagen. Haben uns die Kräfte gut eingeteilt. Siebter Platz für Jemane. Da sind schon ein paar gute Bergfahrer vor uns gewesen. Aber schon auch ein paar Fahrer, die man durchaus hätte schlagen können. Buchmann kommt hier auf dem achten Platz rein. Kretschi immer noch auf dem neunten Platz. Ganz stark vom jungen deutschen Wacek aus der Gruppe raus noch auf der 10. Und dann schauen wir mal aufs finale Ergebnis. So, im Endeffekt dann der sechste Platz für David Jemane in der Gesamtwertung. Zwei Minuten fünf. Damien Haussen holt sich den Sieg vor. Igor Arrieta, Fernando Barcelo, Roger Adria und Michael Gogl auf einem sehr, sehr starken fünften Platz. Der Mann, der vor zwei Jahren bei Strade Bianca so stark war. Und danach habe ich ihn gefühlt gar nicht mehr gesehen. Oh, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. So, Hannes Wilksch auf der 23 in der Gesamtwertung. Nihon Kuro 38. Mauro Brenner 42. Also, erste Etappe haben wir gewonnen. Sogar dreifach Erfolg. Danach war es dann nicht mehr ganz so erfolgreich. Aber trotzdem für uns eine gute Rundfahrt. In Österreich haben wir die Bike Aid Farben wieder schön hochgehalten. 225.000 Euro ist jetzt hier unser Kontostand. Wir schauen mal ganz kurz rein in die beachtenswerten Ergebnisse. Da gibt es doch bestimmt einiges. Le Trittique de Mont Chateau. Jawohl, das ist das wichtigste Rennen für unseren Sponsor mal wieder. Scheiß doch drauf, dass wir in Österreich gerade Etappen gewonnen haben. So, es sind schon einige beachtenswerte Ergebnisse dabei. Deswegen ist der Sponsor eben auch so unfassbar glücklich darüber. Wir werden auf jeden Fall mit Bike Aid verlängern. Für 2025. Ah, okay. Lese ich irgendwie immer falsch. So, wir schauen mal ganz kurz drauf auf die Entwicklung der Fahrer. Nach wie vor dreieinhalb Sterne bei drei Fahrern. Bei Michotte erwarte ich schon, dass das jetzt bald mal passiert. Dass er sich nochmal verbessert. Der Mann, der luxemburgischer Straßenmeister geworden ist. Jo, wir schauen mal ganz kurz in die Talentsuche rein. Ob sich dort vielleicht noch was getan hat in den letzten Wochen. Da sind wir ja auch sehr im Intensivscouting drin. Jo, da sind wir noch dabei. Schauen wir mal. Da sind schon einige Fahrer mit vier Sternen Potenzial. Die wollen wir auf jeden Fall verpflichten. Die können wir auch verpflichten. Mustafa Benali und Tahir Girmay. Arved Asayas. Den hatten wir letztes Jahr schon mal auf dem Zettel. Da gehen wir nochmal ins Intensivscouting später rein. Der junge Mann ist zwar erst 16. Aber da schauen wir auch schon mal rein. Damit wir den vielleicht für das nächste Jahr schon mal ein bisschen scouten. Oder eben ihn uns einfach für den Hinterkopf merken. Falls er hier nochmal auftauchen sollte in dieser Liste. Also von der Einschätzung her. Maxwell Simpson. Da sehen wir, dass er sein Potenzial schon ziemlich ausgeschöpft hat. Mit seinen 17 Jahren. Mustafa Amar aus Tunesien. Da wissen wir noch nicht allzu viel drüber. Aber ich glaube, die zwei Fahrer, da hat es sich schon gelohnt. Und Emanuel Zulasebat. Da könnte man auch überlegen, ob man den ins U23-Team nochmal hochzieht. So, wir schauen auf die nächsten Rennen. Dann gehen wir lieber hier hin. Da gibt es jetzt die ugandischen Meisterschaften. Das wird ganz interessant. Paolo Muria gegen Charles Kagemu. Und gegen David Baybianzika. Der aber, glaube ich, noch ohne Team ist. Der wird also nicht am Start sein. Dann haben wir nächstes Jahr wahrscheinlich sogar drei Fahrer aus Uganda am Start. Dann geht es nach Portugal. Es gibt den Grand Prix Internacional de la bla bla bla. Das werden wir sicherlich weg simulieren. Genauso wie das in Portugal. Und dann sind wir sogar schon relativ dicht am 1.8. dran. Die Tour Alsace kommt vorher noch als kleines Sponsorengziel. Wobei drei Sterne gar nicht mal so unwichtig ist. Also zwei Bergetappen gibt es dort. Dort wird Erik Moossa dann wahrscheinlich eher mal unser Kapitän sein. Auch sehr spannend. Der Mann, der sich jetzt richtig in die Kapitänsrolle reingefahren hat. So, weiter geht es mit Team Bike Aid. Mit der Tour Alsace. Wir sind kurz vor dem 1.8. Und wir wissen ja, am 1.8. Hauen wir unser Transfergeld einfach mal raus. Juno, also hier eine Gruppe. Tour Alsace. Erste Etappe war ein Teamzeitfahren. Das ist nicht besonders lang. Ich habe es trotzdem weg simuliert, weil ich keine Lust hatte jetzt auf Teamzeitfahren. Also so ist der momentane Stand. Ich glaube 46 Sekunden sind es, die unser Team Rückstand hat. Wir sind mit Hannes Wilksch mit dabei. Mit Erik Moossa, der sich ja richtig schön verbessert hat. Hat inzwischen jetzt Hügel auch schon auf 74. So, Juno drückt mal hier vorne ein bisschen. Mal schauen, ob die Kollegen hier jetzt nochmal vorbeikommen. Chaucinand versucht da nochmal nach vorne zu kommen. Da werden sicherlich die ein oder anderen Fahrer jetzt mal eine Panne haben. Auch nicht schlecht. Kann man mal machen in der Rennsituation. So, wir ziehen mal durch mit Juno. Über den Hügel drüber. Danach geht es in die Abfahrt rein. Hier ballern wir mal mit der 85 einfach rüber. Und dann hauen wir mit den vier Fahrern, die jetzt ja noch mit dabei sind. Vielleicht Richtung Etappensieg. Juno mit der Plus 5. Richtig gut dabei. Es geht aber gleich auch nochmal, ja, 8 Kilometer bergauf. Das wird natürlich auch nicht gerade easy. Schauen wir mal, was die Konkurrenz da jetzt so zu leisten im Stande ist. Also unser Kapitän Erik Moossa, Hannes Wilksch. Mit dem besseren Zähigkeitswert. Ich würde da jetzt mal gleich so einen kleinen Dreierzug machen. Während Bonheur und Dai Senga vorhin noch gestürzt ist. So, Schalke gerade noch das 1-1 kassiert. Nice. In der, was, 95. Minute in Wiesbaden. Mein Papa hat mir gerade in WhatsApp geschrieben. Einfach nur Inhalt scheiße. Ja, ist scheiße. Absolut. Aber als Schalke-Fan, da ist man leidgeprüft. So, mal schauen. Was geht hier vorne? Es sind 9 Kilometer und wir haben noch richtig viel Energie. Weiß nicht, ob die Kollegen hier auch mitarbeiten. Nee, irgendwie nicht so richtig. Aber wir ziehen es jetzt einfach mal durch mit Juno. Weil ich glaube, dass wir hier der Stärkste aus der Gruppe sind. Werden wir dabei? Chosinon mit 66. Ja, Hügel 71. Marsmann kannte ganz gut werden. Und Piccoli ist eigentlich auch kein ganz schlechter. Den haben wir eben aber auch schon mal abgehängt. Und der Anstieg, ja gut, 7,5 Prozent. Wird er gleich nochmal ein bisschen steiler. Hauen wir mal den Einsatzbalken rein. Hier hinten kommt das Hauptfeld. Da schauen wir mal. Da sieht es eigentlich auch noch relativ fresh aus. Wir können ja mal mit Wilksch so ein bisschen moderates Tempo fahren. Hauen Kagemu da vor. Dann machen wir Muassa hinten dran und Erik Decker kommen. Erik Decker? Nee, Enzo Decker. Hauen wir auch noch hinten mit rein. Jetzt wird es dann aber ein bisschen schwer. Ich glaube, ich mache trotzdem mal den hier. Dass die einfach vorne mit dranbleiben. Da kommen jetzt auch die ersten Attacken. Und vorne fahren wir mit Juno. weiterhin ein gutes Tempo hier hoch. Das wäre natürlich nice für Francis Juno. Den wir ja auch nochmal in die Transferdossiers mit reingenommen haben. So, Hannes Wilksch versucht hier vorne dran zu bleiben. Juno kann jetzt auch mal das Energiegel noch nehmen. Es sind immer noch alle mit dabei. Marsmann kommt nach vorne gefahren. Oben wird es ein bisschen flacher. Ja, das wird auf jeden Fall der Etappensieg hier vorne werden. Piccoli ist raus. Schauen wir mal, ob die Kollegen da noch lange mitgehen können. So, Marsmann ist ebenfalls raus. Also das hohe Tempo, das wir hier anschlagen. Chosinor ist wohl der Letzte, der da mithalten kann. Nee, kann er nicht. Juno auf dem Weg hier zum Tagessieg. Ballern hier auch hinten nochmal ein bisschen mit Wilksch. Und, okay, es sind noch drei Kilometer. Vorsichtig sein. Also es kann natürlich sein, dass gleich noch einer hinten ran geschossen kommt. Da kommt jetzt nämlich auch das Hauptfeld. Wollen wir hier das Fell des Bären nicht zu früh verteilen. Knapp noch eine Minute der Vorsprung für Juno. Boah, alter Schwede. Ist das jetzt aber auch steil. Wird jetzt gleich ein bisschen flacher. 40 Sekunden noch der Vorsprung. Pearson kommt hier. Nehmen wir mal die Energiegele. So, komm schon Junge, zieh durch. Können hier nochmal schneller gehen. Halbe Minute noch der Vorsprung. Pearson versucht das zuzufahren. Hier drüben kommen unsere Jungs noch mit. So, zieh durch. Juno, du schaffst es. Aus der Gruppe. Wir sprinten los. Schauen hier hinten, dass wir einfach durchziehen. Mossa, komm, wir sprinten jetzt einfach mal los. Hier vorne die Kollegen Jesper und Louvel sind nicht mehr dran. Juno holt sich den Etappensieg sehr nice aus der Gruppe. Das hat sich gelohnt, da mitzugehen. Vorne die beiden Akea-Samsig-Fahrer setzen sich leicht ab. Das ist uns aber relativ wurcht. Wurcht? Wurcht, wurcht. Also, es ist wurscht für uns, weil Hannes Wilksch mit einem richtig krassen SCA hinten dran auf Platz 5 noch kommt. Erik Mossa auf der 6 und unser Kanadier, der ja leider nicht das kanadische Meistertrikot trägt. Aber wir schauen natürlich hier nochmal auf das ugandische. Ja, okay. Wir schauen auf den Popo von dem ugandischen Meister. Da ist, finde ich, auch mindestens ganz genauso spannend. Also, Etappensieg, Francis Juno. Ich glaube, für die Gesamtwertung wird es nicht ganz reichen, aber wir schauen einfach mal aufs Gesamtklassement. So, Königsetappe im Elsass. Erik Mossa versucht hier Hannes Wilksch ein bisschen zu schützen. Davor haben wir noch Charles Kagemo. Juno wird heute sein Führungstrikot verlieren. Die übrigens sehr, sehr schön aussehen hier, die Führungstrikots im Elsass. Aber jetzt müssen wir erstmal relativ gemäßigt hier das Tempo folgen. Oder dem Tempo erstmal natürlich gemäßigt folgen. Bei mir das Trinity-Team, die richtig gut mit dabei sind. Mit Manier, mit Narrowcar. Richtig nice junge Fahrer, die dort im Team sind. Charles Kagemo war heute lange in der Gruppe. Deswegen der grüne Balken. Wobei gar nicht mal so viel mehr kaputt, als jetzt bei den Kollegen. Wir versuchen unsere Position irgendwie vorne zu halten. Mossa mit Hannes Wilksch am Hinterrad. Gibt gleich nochmal eine minimale Abfahrt. Da sollten wir jetzt nicht zu weit zurückfallen. Damit da keine Lücke reißt. Aber wir kommen hier ganz dezent nach oben. So, es wird ein bisschen flacher. Vorne sehen wir Alsastour. Die Tour Alsace natürlich legendär auf dem Channel. Jetzt geht es nochmal ein bisschen in die Abfahrt. Schauen, dass wir unsere Position da vielleicht nach vorne verbessern können. Dann kann aber eigentlich auch Hannes Wilksch übernehmen. Und wir hauen Mossa einfach mal in die Beschützerrolle rein. So, dann sind wir erstmal in einer guten Position mit Wilksch. Es sind noch neun Kilometer bis oben hin. Wir versuchen immer so an fünfter bis zehnter Stelle zu fahren. Der nächste Akea-Fahrer ist durch. Güljemis sind generell nur noch 24 Fahrer hier drin. Da haben wir Pedersen. Wen haben wir sonst? Elijas Bär, sicherlich einer der Kandidaten heute für den Tag. Mossa kriegt jetzt schon mal das Energiegelb. Vorne fahren sie schneller als Hannes Wilksch. Heute mit der Plus-4-Tagesform. Der junge Deutsche. Ja, da muss noch ein bisschen was passieren, damit er auch irgendwann mal Richtung Tour de Suisse oder so mal auf Etappensieg gehen kann. Hannes Wilksch, das wird sicherlich kompliziert werden in Zukunft. So, Mossa, da kickt jetzt gerade das Energiegelb. Sechs Kilometer sind es noch. Das wird super schwierig werden oben raus. Wird allerdings auch nochmal ein bisschen flacher. jetzt nicht der allersteilste Berg, den wir hier gerade hochrattern. Und schon wird es richtig steil. Kaum sage ich das. So, Mossa ist jetzt gleich raus. Alter, warum fährst du so weit rüber? Wilksch, was soll denn der Scheiß? Fahr mal wieder hier in die Gruppe rein. So, Mossa ist durch. Wilksch kommt jetzt nach vorne gebrettert. Fünf Kilometer Marke ist erreicht. Das sind alle ziemlich durch. Wir nehmen auch mal ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch drüber fahren sollen. Aber ich will da jetzt auch niemanden mitziehen. Das wird ein bisschen flacher. Eine kurze Attacke reinsetzen und dann weiterfahren. Aber das macht eigentlich auch immer relativ wenig Sinn. Wir bleiben hier mal in dieser Gruppe und sparen uns ein bisschen Energie. die vielleicht dann für den Schlusssprint oder für eine etwaige Attacke, die dann gleich noch kommt. So, Mossa ist da sogar immer noch am Ende der Gruppe mit dran. So, Energie kickt leider jetzt schon. Relativ früh. So, 2,4 Kilometer. Hier kommt jetzt nochmal ein etwas steileres Stück. Wir setzen uns mal ganz, ganz kurz ab. Kommt da einer mit. Mati Lovell kommt mit. Der aber durch ist. So, kommt schon Hannes. Zieht das Ding durch. Jesper kommt nochmal ins Hinterrad. Schauen wir mal, was der da jetzt noch treibt. Ah, da kommen jetzt alle nochmal von hinten rangeflogen. Jetzt kommt Jasper. Wilksch kann da glaube ich nicht mitgehen und geht dann doch blauer. Also die etwas zu frühe Attacke war es dann halt leider doch wieder nicht. Lieber wieder das Hinterrad nehmen. So, Ubi noch mit dabei. Pearson. Aber wir kommen auf jeden Fall mit Hannes Wilksch hier auf den fünften Platz. Schauen wir mal, ob das für die Gesamtwertung dann auch passen sollte. Na, es könnte sogar relativ gut geworden sein. Jasper war mit 27 Sekunden allerdings vorne. Pearson mit 28 Sekunden. Sollte so circa der dritte Platz in der Gesamtwertung werden. Für Hannes Wilksch. Und damit hätten wir auch unser Sponsorenziel, die Top 5 erreicht. So, wie vorher gesehen, dritter Platz für Hannes Wilksch. Jetzt bei der Tour Alsace nach vier Etappen. In Riboville ging es los. Nach Luckblor sind wir gerade gefahren. Eric Morsor noch auf der 8. Gutes Ergebnis. Francis Juno fällt natürlich deutlich zurück. Neuneinhalb Minuten jetzt seinen Rückstand als Kagimo auf der 24. Aber trotzdem Etappensieg durch Francis Juno. Dritter Platz. In der Gesamtwertung durch Hannes Wilksch. Damit können wir sehr, sehr gut leben. Jetzt schauen wir mal, dass wir zum 1.8. hinkommen. Klassiker San Sebastian. Dann gehen wir gleich nochmal ganz kurz in den PCM Plus rüber. Schauen uns mal ein bisschen so die Saisonzusammenfassung an. Was bei Tour de France, Giro d'Italia und so weiter alles passiert ist. Ich glaube, die fünfte Etappe im Elsass kann man dann auch so ein bisschen durchwinken. Würde mich jetzt nicht 100% interessieren. Wir haben eh keinen richtigen Sprinter dabei. Enzo Decker wäre mit Sprint 67 und so weiter der beste. Man könnte mit Bonheur Naisenga eigentlich mal einen schönen Sprint fahren. Einfach nur, um dem Mann aus Rwanda auch mal so eine schöne Top-10-Platzierung vielleicht zuzuschustern. Das können wir machen. Aber jetzt springen wir erstmal in den PCM Plus. So, kurze Zusammenfassung der Saison. Strade Bianca gewinnt Lilian Kalmjean. Okay, das ist überraschend. Ansonsten Wout van Aert sehr, sehr dominant im Frühjahr. Gewinnt Saxo Classic, Ronde van Flandern und Paris-Roubaix. Also das erste Mal, dass er sich Paris-Roubaix hier holt. David Godue gewinnt Lüttich, was Tony Lüttich. Flashballon. Romain Badet erfolgreich beim Giro d'Italia. Ja, krasser Scheiß. Da schauen wir doch mal aufs Endergebnis. Almeida auf der 2. Dann Wout Pouls auf der 3. Ein sehr, sehr merkwürdiges Ergebnis. Ressusserada auf der 4. Parade-Pantre. Naja gut, ohne jetzt Romain Badet zu nahe treten zu wollen. Sehr geiles Foto übrigens hier. War das sicherlich nicht die stärkste Konkurrenz, die hier mit dabei war. Sepp Kuss, Damiano Caruso, Daniel Martinez. Okay, Mai. Aber trotzdem Glückwunsch an Team DSM und an Romain Badet, der sich hier den Giro d'Italia holt. Die Tour de France geht an Jonas Winkegaard. Alter Schwede, 9 Sekunden. Vorab Rimoz Roglic. Da Hindley auf der 3. Nilsson Paulus auf der 4. Stark, der Ami. Schauen wir mal auf die Werte. Gar nicht mal so überragend. Und dann Almeida, der einfach mal bei Giro und Tour de France mit am Start war. Wir sind aber auch im richtigen Jahr, oder? Schon 2024, wo wir jetzt hier sind. Tadi Pogacar hat letztes Mal gewonnen. Der war dieses Mal mit dabei, aber nur 32. geworden Tadi Pogacar. Das ist dann schon etwas überraschend, dass er so schlecht abgeschnitten hat. Aber ich denke mal, irgendein Sturz oder sowas wird wahrscheinlich dabei gewesen sein. Oder eine Krankheit. Primoz Roglic hier schön ins Bergtrikot reingefotoshoppt. Wout van Aert, ich habe keine Hals. Immer der Hals vergessen worden, aber macht ja nichts. Team Ranking geht an Bora Hansgrohe. Da freut sich auch Markus Söder persönlich drüber. Gehen wir nochmal in die Saison rein. Natürlich kommen jetzt noch einige Rennen, die Wuelta, die Weltmeisterschaften und natürlich die Lombard Dairon Fahrt. So, wir gehen mal ins Scouting rein. Da gibt es richtig gute Fahrer. Teilnehmer Maxwell Simpsons haben wir jetzt auch fertig gescoutet. Das finde ich nice. Der ist noch 17 Jahre alt. Wann wird der 18? Wo Geburtsdatum? Da Geburtsdatum. Da Geburtsdatum am 6. September 2006. Das müsste also passen. Da könnte man echt reingehen und ihn nochmal für die zweite Mannschaft holen. Das wäre nice, wenn wir mit Maxwell Simpsons den nächsten aus Afrika holen. Und vor allem natürlich auch nochmal aus einem anderen Land als den üblichen Verdächtigen. Also da haben wir Bock drauf, dass wir dort nochmal das Ganze vielfältiger gestalten. So, jetzt wollte ich eigentlich mal schauen, wie es so transfermäßig aussieht. Ich muss kurz überlegen, wie ich das ganz genau mache und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, der PCM Plus rechnet für einen natürlich schon mal ein bisschen aus. Wir haben nächstes Jahr 13 Fahrer. Acht werden wir abgeben. Das sind diese acht, wo der Vertrag ausläuft. Dann haben wir keine Stars. Alter 27,8. Das wird sicherlich noch ein bisschen jünger werden. Wir zahlen 35.000, 21.000 Euro verlassen uns. Und die Stärke ist so knapp bei viereinhalb Sternen. So würde das dann nächstes Jahr aussehen von den Spitzenfahrern her. Nils Michott, Mauro Brenner und so weiter war hier eigentlich auch nochmal mit dabei. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier rausgerechnet wird. Ich weiß nicht, ob es durch die Verletzung irgendwie schlimmer geworden ist. Auf jeden Fall schön. Nihon Kuru, Sprinter, Nils Michott, Potential Worldstar. Haben wir ja schon darüber geredet, dass er unser Spitzenfahrer ist. Deswegen auch der Vertrag, ich hoffe doch, bis 2026. Da haben wir es. 2.500 pro Monat geschenkt. Also wir gehen mal rein in die Transferverhandlungen. Ich schaue es mir nochmal ganz genau an. Und dann bin ich gespannt, wie unser Kader für die dritte Saison aussieht. So, habt ihr gedacht? Ah, warte. Jetzt habe ich vom PCM Plus vergessen. Entschuldigung, ich setze mich mal wieder hier rüber. Vor kurzem haben wir wieder Tom Hanks gesehen, wie er so schön winkt. Bei Forrest Gump. So, Kagemu versucht uns mal hier nach vorne zu bringen. Ich steuere ihn mal ein bisschen rüber. Dann haben die Jungs vielleicht auch Platz, da durchzukommen. So, kommt schon. Wo ist Enzo Decker? Den haben wir hier. Hat jetzt auch das Hinterrad. Kagemu ballert. 6 Kilometer sind es noch. Unser Sprinter, Bonneur Ndai Senga. Gewöhnt euch mal an diesen Namen. Ich hoffe, dass der uns noch sehr viel Freude machen wird. Jetzt müssen wir mit Kagemu noch ein bisschen durchziehen. Komm schon, zieh mal durch, mein Freund. Alle kriegen mal Energiegel. Kagemu. Und dann kommt mal Juno mit der 99. Steuern den Kollegen Kagemu mal weg. Juno kommt. Ach Mist, Bonneur Ndai Senga ist da nicht am Hinterrad. Schauen, hängt da nicht genau dran. Ach, komm schon Junge. Fahr da jetzt wieder hin. 2,8 Kilometer noch. Er muss jetzt erstmal die Lücke ein bisschen schließen. Da wird nochmal hin und her geballert. So, jetzt geht es hier auch noch leicht bergauf. Enzo Decker würde ich jetzt erst noch nicht lossprinten wollen. Wäre, glaube ich, too much. Dann kommt jetzt mal Enzo Decker. Ja, nice. Und Dai Senga kommt gar nicht richtig mit. Egal, er kommt jetzt trotzdem nochmal. Und Dai Senga, komm schon Junge. Geh nach vorne, hol dir dein Top-10-Resultat. Okay, er ist noch nicht stark genug. Enzo Decker wäre heute sogar ein Kandidat gewesen. Für, ja, Top-5 würde ich sagen. Er kommt nicht mehr ganz in die Top-10 rein. Dai Senga kommt schon wenigstens Top-20. Bonneur Ndai Senga auf der 19 mit Sprint 64 und Beschleunigung 66. War jetzt aber auch nicht viel mehr zu erwarten. War jetzt aber auch nicht viel mehr zu erwarten.